Und das ist das Schöne, meine Damen und Herren, alles ist im Fluss, nichts bleibt wie es war und auch jahrhundertealtes Traumtumeln wittet sich weiter. Da haben wir wieder zwei schwarze Engel zusammengestellt, jawohl. Und auch hier wollen wir natürlich wissen, wieso hier schwarz ist. Schwarze Engel kommen aus der Hölle, weiße aus dem Himmel, das merke ich mir jetzt, die Frage ist ehrlich nicht mehr, weil jetzt. Kannst du jetzt einmal ordentlich auftragen? Nicht wirklich, also mit diesen gedrosselten Geräten dürfen sie immer kommen, wenn, dann ordentlich. Alles gut. Ist schon ein bisschen wackelig, aber hauen könnt ihr jederzeit. So, jetzt müssen die Römer-Täufel bei uns vorbei sein und die Basseiler-Kessel-Teufel. Die Basseiler-Kessel-Teufel, das war der Obmann Neffe Daniel und die Gruppe gibt es seit 2015. Sie kommen aus Marseil in der Steiermark, 32 Mitglieder aktuell und Hauptattraktionen dieser Gruppe. Sie sind die kleinen Teufel, die Engel, die wir gesehen haben, nicht so.